Am dritten Tag wird dir die Hose nicht mehr passen, das hat hier die Höhle der Löwen gesagt und solche Werbung sieht man täglich auf Facebook, Instagram oder sonst wo irgendwo im Internet und das soll ganz tolles Wundermittel sein, was euch dann das Abnehmen erleichtert und ihr braucht davon nur ein paar Tropfen und schon nehmt ihr 10 Kilo ab oder was auch immer. Also solche reißerischen Sachen kennt man von Jasper Kaven, habe ich euch auch schon gezeigt, der dann mit ähnlichen Methoden dann arbeitet, aber ich will euch heute mal zeigen, was da so hinter steckt. Ja, wenn man hier drauf klickt, dann kommt man erstmal auf so eine Seite, die hier Entertainment, Today, Love, Celebrities, was auch immer, macht den Anschein von irgendeiner Wissenseite oder so, ne, irgendeinem Klatschblatt. Auf jeden Fall gibt es dann hier eben eine Werbesaltung, der Grund, warum jeder Juror von die Höhle des Löwen dieses Produkt unterstützt, ne, wird noch nicht mal geschrieben, was für ein Produkt das eigentlich ist. Das sind einfach nur Textbausteine, die hier zusammengeschnitten sind, auch die ganzen Bilder, könnte man jetzt mal gucken, woher die alle kommen und so weiter. Im Prinzip sollt ihr aber hier so ein kleines Ding nehmen, ein paar Tropfen nehmen und dann sollt ihr abnehmen quasi. Also, solche Seiten haben auch meistens nicht viel Inhalt, ne, wie man sieht, egal wo ihr drauf klickt, ihr kommt eigentlich immer nur auf die Verkaufsseite, ne, wenn ich hier auf Beauty klicke, äh, komme ich immer nur auf die Verkaufsseite. Das heißt, diese Seite ist einfach nur dafür da, um entsprechend ganz schnell Produkte auszutauschen, um einen Anschein zu machen von irgendeiner News oder sonstiges und damit werdet ihr natürlich ein bisschen hinters Licht geführt, ganz klar. Nun, wir schauen uns das Produkt mal selber an, was das denn eigentlich ist, ne, wenn wir hier jetzt so draufklicken auf dieses Produkt, also wir klicken jetzt hier einfach irgendwo drauf, dann kommen wir wahrscheinlich sowieso auf die Seite, richtig. Keto, Naturrein und Wirkungswoll. So, Keto, mit Keto hat das erstmal gar nichts zu tun, ist völliger Quatsch, ja, also Keto ist da überhaupt nicht irgendwie im Spiel oder sonst was, da wird nur halt mit dem Namen wieder Werbung gemacht. Das Ganze kostet gerade mal läppische knapp 45 Euro pro Flasche und soll hochkonzentriert leicht zu dosieren, da in Tropfenform, zügelt den Hunger und verhindert Heißhungerattacken, kurbelt den Stoffwechsel an und verbrennt Fettpolster. Also da sind natürlich auch Gesundheitssachen hier dabei, die, ja, zu beweisen sind, aber man kennt's ja. Dann hat man hier so Bilder und so, ne, die können wir uns mal merken, die sehen wir nämlich gleich an anderer Stelle nochmal und dann kommt ihr dann zu den Produkten und könnt dann mal gucken, was ist da so drin und so weiter. Also da ist natürlich dann hier einiges. Was sind die Inhaltsstoffe? Da ist einfach nur Hanföl drin, Aminosäurenextrakt und Olivenölextrakt. Hm, ja, das ist ja noch nicht so wirklich viel, ne. Gehen wir mal drauf, gucken uns hier mal die Inhaltsstoffe an, da ist auf einmal wieder was ganz anderes drin, ne. Hier auch wieder aus Industriehanf irgendeinem Öl, der dann übrig bleibt, ne. MCT soll hier auf einmal drin sein, Aminosäuren, Vitamin K, CLA, Omega 3 und so weiter und so fort. Das Witzige ist jetzt, ich hab das mal ausgerechnet, ihr sollt hier zweimal täglich drei Tropfen nehmen. So, in einem Tropfen ist noch nicht mal Milliliter von irgendeiner Flüssigkeit dran. Das heißt, ihr habt am Tag vielleicht einen Milliliter von irgendetwas. Einen Milliliter, einem Milligramm, ja. So, und jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wie viel denn ein Milliliter MCT-Öl ist. Ein Milligramm. Normalerweise nimmt man 15 Gramm davon. Also schon mal deutlich mehr. Aminosäuren brauchen wir am Tag so, ja, sagen wir so um die 100 Gramm. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel von Aminosäuren da drin sein soll, angeblich, wenn ihr gerade mal da ein Milliliter insgesamt zu euch nehmt. Genauso wie natürlich Vitamin K, Omega 3 und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich, pfft, eigentlich nichts. So, dann gucken wir mal ins Impressum rein bei solchen Seiten. Ihr solltet immer gucken, diese Seite hat zum Beispiel, äh, gar kein Impressum, ne. Das ist schon mal sehr merkwürdig. Dann solltet ihr sofort die Finger davon lassen. Aber gut, diese Seite hat einen. Okay, und da gucken wir mal rein. Da sehen wir hier, Rücksende und Retouradresse, bla bla bla. Und dann kann man die Adresse mal googeln. Und wenn man die Adresse mal googelt, dann sieht man halt irgendwo ein Hafengebäude oder was auch immer dann in, äh, in, in den Niederlanden. Und kann mal gucken, welche Internetseiten haben denn noch diese Adresse. Und dann wird es nämlich ganz interessant, wenn man sich das Ganze mal anguckt. Dann kommt ihr nämlich auf genau solche ähnlichen Seiten. Und zwar heißt es dann nur ein bisschen anders. Dann heißt es CB, slim, ne. Ne, aber exakt das Gleiche. Ihr solltet euch die Bilder merken. Es sind exakt die gleichen Bilder. Ne, komischerweise nehmen die Leute auch alle immer das gleiche Zeug und so weiter. Es ist immer genau das Gleiche drin. Wenn wir uns das angucken, die Zutaten hier. Hier, Hemp Oil, Amino Acid, CLA, Olivenöl-Extrakt. Das, was wir bei dem anderen gerade auch gesehen haben. Es ist nur eine andere Verpackung dann anscheinend. Und dementsprechend, ja, macht man natürlich dann auf Facebook Werbung mit einem Produkt. Und wenn das irgendwie mal verbrannt ist, nichts mehr Neues ist, dann macht man Werbung mit einem anderen Produkt. Oder als Affiliate-Marketing kannst du dir solche fertigen Seiten kaufen, etc. So, dann hier, ähm, naturrein und wirkungsvoll. Genau. Dann diese Seite auch genau die gleiche Adresse. Mi, 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 Minus, Minuslim. Ja, exakt das Gleiche, gleiche Bilder. Also es gibt tausende von diesen Seiten, ne. Hier kostet das 50 Euro, also sogar schon ein bisschen teurer. Dann könnt ihr auch noch Testo-Zeug kaufen. Die konzentrierte Kraft für den Mann. Habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, was da drin ist. Äh, ja, auch wieder irgendein Ölextrakt. MCT-Öl und Olivenöl-Extrakt. Also eigentlich exakt das Gleiche. Also minimalste Dosen von irgendwas, was keine wissenschaftliche nachgewiesene Wirkung dann hat in den Mengen. Irgendwie, wenn es überhaupt drin ist. Ja, weil wir haben ja gerade gesehen, die Inhaltsstoffe bei dem einen waren auf einmal ganz andere, als da auf der anderen Seite unter den Fragen standen. Da sollte man dann auch schon vorsichtig sein. Also grundsätzlich wisst ihr, das sind so Seiten, so Affiliate-Dinger, die könnt ihr euch dann, ja, so eine fertige Seite bestellt ihr euch dann einfach da. Macht irgendwo Werbung bei Facebook oder so. Ja, haut dann einfach mal 100 Euro, 1000 Euro in die Werbung hier rein. Hofft einfach drauf, dass dann 10 Leute auf den Quatsch draufklicken, sich was kaufen und ihr dann einen Anteil davon habt. So ist das halt mit diesen neumodischen, ja, Unternehmern quasi, ne, die dann frei sind und so weiter. Die dann genau solche Sachen machen, Dropshipping und was weiß ich nicht, was alles. Genau sowas ist das nämlich und da müsst ihr dann eben, ja, das Produkt selber ist halt völliger Murks, ne. Also wissenschaftlich völlig unbewiesen. Die Art und Weise, wie Werbung gemacht wird, ist ebenfalls völliger Murks. Und dann könnt ihr mal gucken, was ihr so unter den ganzen, ähm, entsprechenden Sachen dann auch noch findet. Ich will da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ihr wisst, glaube ich, worauf das hinausläuft. Kauft euch das definitiv nicht. Ja, wenn ihr abnehmen wollt, macht eine Diät. Die Versprechen, die hier gemacht werden, sind natürlich dann auch nicht haltbar. Und dementsprechend hoffe ich mal für die Aufklärung hier wieder ein bisschen was beigetan zu haben. Verteilt dieses Video gerne auf Facebook etc. Damit eben Menschen, die solche Werbung sehen, dann nicht darauf reinfallen, dass das angeblich von der Höhle des Löwen irgendwas Neues, äh, super tolles wäre oder so. Unterstützt mich auch gerne mit der Aufklärung, die ich hier betreibe über solche Produkte mit einem Daumen, mit einem Kommentar. Und auch gerne bei Patreon könnt ihr das unten machen. Da findet ihr weitere wissenschaftliche Videos, beziehungsweise auch gerne per Paypal oder sowas. Und dann kann man nämlich sowas auch weiterhin immer täglich sehr gut machen. Also bis dann und ciao. Und jetzt ein bisschen Werbung für meine Ernährungspläne und Coachings. Ihr schickt mir einfach mal den Fragebogen zu, den ihr auf meiner Homepage findet. Dann bekommt ihr von mir eine kostenlose Rückantwort. Und wenn ihr dann wollt, erstelle ich euch einen sehr individuellen Ernährungsplan mit euren Wünschen, die ihr dort eingetragen habt. Über 10 Tage könnt ihr das Ganze auch als Coaching machen, wo ihr in einer Google-Tabelle dann für einen Monat Rückmeldung gebt. Und ich euch jeden Tag dann eben auch antworte. Ihr bekommt verschiedene andere Dinge noch dazu, wie einen Einkaufszettel, wie zusätzliche Hilfen, wo ihr euren Ernährungsplan auch selber dann noch immer wieder ein bisschen anpassen könnt. Und ihr findet dann eben eine Sache, die ihr wirklich auf Dauer machen könnt und nicht nur für eine kurze Phase. Dazu kriegt ihr natürlich auch ein persönliches Video von mir, wo ich zu eurem Fragebogen und dem Plan nochmal detailliert einige Tipps an die Hand gebe. Und damit habt ihr dann was ganz ordentliches und wirklich sehr individuelles für euch.